Norddeutscher Rundfunk 2021 Grüß dich, Franz. Grüß dich. Ich sehe nichts gewinnen. Daddy, hast du Angst vor dem Tod? Nein. Ich schon. Das mit dem Stern ist nicht gut. Ein Herzblatt angehen. Ein Herzblatt angehen. An seiner Familie mit deinem Reis. Weißt du, was das ist, eine Familie? Verstehst du das überhaupt? Oder nichts? Ist du ein Biss? Es ist recht hart, wir haben es gleich. Steh geschlossen! Unser Auftrag ist, mit den vorauseilenden Angriffsspitzen und mit den Verbindungen zu halten. Da geht es ja ins Meer. Gerade haben wir Dienstfeuern. Zahne, dann haben wir nie. Ich habe noch das Tor repariert. Ich hoffe, dass dir nichts klärt. Das verspricht jeder. Ich habe bei dir beiwang so ein kleines Fisch so ein Fuchs gefunden. Wo ist er? Ich bin im Außertand. Ton Renard. Ich kann nicht mit dir leben. Komm du mich, komm! Ostern und Ich kann nicht mit dir leben. Also darfst du mich noch beän tienen. Vielen Dank.